Wo ist meine Fernbedienung? Ach du Scheiße Für dich gebe ich die Wolken weiter Dann zeigst du die Sterne am Himmel Ich hab halt den ganzen Tag gesungen Dann war ne Beerdigung dann So geil Und ich so Markus warum hast du mir nichts gesagt? Ich wollte dich halt ein bisschen verärgern Ich so ja du bist ein Depp Ich bin so gestört einfach Sorry für mein Verhalten Schluck auf Madl Ja klar Girl der geile Beiteil Du kriegst immer Freundschaftsanfragen Wenn du Girl drin stehen hast Das ist so gestört Ich bin zu fett um durch die Scheibe zu kommen Nicht noch durch die Scheibe Oh da ist einer Ich hab keine Waffe Der ist schon drauf Na unten sahen sie bei Munitionshöhe Habe einen Jaja Ich glaub da kommt einer Ja ich hab's markiert Schwung oder was? Schwung oder was? Alter! Wurde ich jetzt dahin killen oder was? Das gibt's doch nicht Scheiße! Was ist das denn? Fuck ich renne einfach durch Kill 3 Leute Hey da muss noch einer scheiße Die kommen gleich wieder auf die Welt Oben Jaja oben Dann lass sie uns zu viert pushen Da hab ich ihn gesehen Aber wo er jetzt ist? Ach hier oben? Da oben Die laufen alle nach oben Die sind schon wieder zu viert Wir sind eh hier unten Die gehen ja auch immer über die Außentreppen Die spielen wie ich Hey! Hä schießt sie gerade oder was? Weil da oben rote Punkte sind Oh zweites Team glaube ich Ja Ich geh mal über die Außentreppe Kommt einer mit? Ok hier geht's innen durch Ok Ok ich hab hinten was gehört Weitliche Drohne über uns Über uns ja Warte warte Sturm auf die Burg Na 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 die ist doch kraft oder? Na ja da hab ich gekauft Da hab ich gekauft Da hab ich gekauft Egal Bei lila oben Leute kommt's ja? Erste Stockwerk glaube ich Also nicht Munition sondern eins drüber Oder ganz oben ich siehs noch nicht Boah die stehen da zu viert Boah die stehen da zu viert Heilige Ja 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 wie hältn der das aus bitte? Das ist ein Cheater alter Das ist ein Cheater Aber sowas von Ohne Scheiß Der hat das ganze Magazin abbekommen von mir Boah scheiße Geil Geil Jetzt muss der Teammate überleben Boah bist du Deppere Ihr habt was zu zweit auf den g'schossen Ja Aber die Leute können auch Die können auch nur so pushen die Leute wenn sie was anhaben Das brauchst du mir nicht erzählen Krattler Ähm Ich schieb mal über der Ausrüstung Aber der Depp warte halt mal bis ich da bin Eigentlich würd ich zu ihm nochmal gehen aber Geh mal Plünderung oder? Mhm Okay ich bin dabei ja Hinten was schon beim Kran ist einer Ja ich geh wieder zurück Ich geh wieder zurück Wo ist die Selina? Ich hab ihn Alles gut Wo bist denn du? Da Ah hä hä Acht unten Ja 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 Oh da ist ja Ah da wurde schon abgeknallt Ja freitest dich aus Der ist im alten Haus drüben Passt auf Wo liegst du denn? Oh Um Oh Na hin Wie geht so was? Wo seid ihr denn? Hä? Aufm Dach Geh runter Oh oh Über Glasstärke Ey warum kann ich dich nicht wiederbeleben? Ach der Alex Wo hat der eigentlich gesnappt von dem Haus drüben oder das? Ja ja Was war da jetzt? Nachbarhaus Ja Alex kannst du zu mir rutschen nähe Kommt der schon rein oder was? Kommt der schon rein oder was? Nein der ist tot Hä? Die schießt schon wieder durch Mauern durch und alles Das ist schon wieder geil gell Ja Extrem Ja Mann Diese scheiß D-Mails Hä? Ey Was soll das? Durch 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 die Wand hier Was soll das denn? Die werden Die werden Cheaten wieder Das ist halt Was? Du musst das deaktiviert haben aber Ich habe Doppelpistolen, magst du die haben? Ne Oh von unten von der Straße, komm gleich her Alter ich krieg den nicht tot Hast du den K.O. geschossen? Ja Alex bleibt bei uns Scheiße Hä? Was? Nein Nicht verraten am Fenster Selina Nein nein nicht wiederbeleben Den muss man Jetzt hat Doch 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 Jetzt hat Doch 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 Tut Liebe nachladen Boah rutscht so meine Lose Hahahaha 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 Ist der K.O. Hahahaha 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 Das war halt so geil gerade Hahahaha Hahahaha Ja warte Welches große Haus Nein Nein Wo ist der teammate? Hahahaha ach ich war der letzte ach komm ich dachte wir pushen das da oben scheiße ich glaube crossplay ist an so wie der geämmt hat ist bei mir aktiviert aber das heißt ja nix du bist der sucher gewesen bei mir ist deaktiviert tust du auch mal noch mal deaktivieren alex